Hallihallo und herzlich Willkommen zu meinem Kanal. Wer mein letztes Video gesehen hat, weiß, dass ich ein Makeup Revolution Roll gedreht habe. Und ich habe gesagt, ich werde euch alle Paletten swatchen. Deswegen fange ich an mit dieser. Es ist die 32 Eyes Like Angels Palette. So sieht es aus. Und ja, ich bin gespannt. Also es hat so ein XXL Spiegel und so ein Zettelchen mit Namen. Und ja, ich würde sagen, wir machen so 4, 4, 4, 4. Und fangen wir an mit diesem Lila hier. Sehr schön. Danach kommt dieser hellbraun. Wow. Also ich habe nur einmal so einen Strich gemacht. Oh Gott. Dann ist so ein Olive hier. Ja, der ist ein bisschen vorlaut hat er. Und das ist so ein Olive mit goldenem Schimmer. Ein matt. Und jetzt diese graue. Silber, silbergrau. Oh yeah. Sehr schön. Sehr schön. Machen wir weiter mit der zweiten Reihe. So. So. Der hier. So sieht das aus. Helllila. Der hier. Oh yeah. Dieser brauner hier. Also ich sage euch, wenn eine matte Farbe kommt. Aber bis jetzt sind die alle so mit Schimmer. Die sind sehr hoch pigmentiert, muss ich sagen. Der habe ich schon geswatcht. In meinem letzten Video. Der ist der Hammer. So eine tolle Pigmentierung hat er. Also die Farbe ist. Also hier sind die erste zwei Reihe. Sehr pigmentiert. Also ich bin sehr, 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 sehr zufrieden, muss ich sagen. Und die gehen nicht weg. Schaut mal. Ich habe schon. Ich muss noch eine ausnehmen. Die sind echt, 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 echt super pigmentiert. Just dance. Lady Gaga. Ist auch dabei. Okay. Dritte Reihe. Mit diesem Pink. Fangen wir an mit dieser hier. Es hat so ein iridescent, oder wie sagt man, so ein lilaner Unterton. Diesen Pink. Es ist ein, ja, ist ein matt-Pink. Dunkelbraun. Der hier. Boah. Und die ist ein dunkelblau. Oh Gott. Oh Gott, die Farben. Oh Gott, die Farben. Oh Gott, die Farben. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin peinlich, ne? Okay, machen wir weiter mit diesem Burgundy Rot. Ist das super? Der hier. Der ist matt. Ja, nee, der ist auch zu schimmern. Sehr schöner Highlight-Ton. Oliv. Orange. Oh Gott. Schaut mal hier. Das ist, es ist unglaublich. Also das sind die nächste drei Reihe. Äh, drei und vier. Also drei und vier. Drei und vier. Diese Reihe. Unglaublich. Unglaublich. Ich, ich kann, ich kann, ich kann, ja, also, und die zwei Farben, Leute. Ich bin sprachlos. Und die sind sehr gut pigmentiert. Schaut mal, den Rosane, der geht nicht weg. Nee, der geht nicht weg. Der ist immer noch da. Nee, der geht nicht weg. Also ich muss auch aufpassen, wenn ich mich schminke mit dieser Farbe, weil die geht nicht weg. Mein kleiner Tanzt. Okay. Äh, machen wir weiter. Mit dieser, mit dieser zwei rein. Dunkellila bröckelt ein bisschen. Wo soll ich machen hier? Nee, nee. Aber auch sehr pigmentiert Lila. Uh, wie schön. Wie schön. Rosa. Äh, guck nicht. Der bröckelt ein bisschen. So. Aber trotzdem. Weiß. Also, ich bin so froh, dass ich mir diese Palette gekauft habe. Und ich habe so viel gemeckert und gesagt, nee. Schaut mal. Ich habe gedacht, nee, brauchst du die nicht. Nee, muss nicht sein. Und bla bla bla. Tja. Also, unglaublich. Äh, Peachtone hier. Oh, sehr schön. Sehr schön. Flieder. Sehr, sehr hell. Fast weiß. Oh, sehr schön. Die sind so pigmentiert, Leute. Und ich habe ein paar Videos gesehen und ich habe mir gedacht, nee, die können nicht so pigmentiert sein. Doch. Die sind, also dieser hellblau, ich habe schon früher gesagt, ist es nicht so pigmentiert, aber kann man schichten. Sieht super aus. Lila. Colin. Der brüttelt. Man kann das sehen. Aber, ich glaube, mit dem Pinsel geht. Also, meine Favoriten in dieser Reihe sind den hier, den hier und auch die drei, glaube ich. Wow. Ich bin so kaputt. Ich bin kaputt. Kannst nicht glauben. Ja, also, ich habe die noch nie benutzt, also zum Schminken, aber bis jetzt. Dunkelblau. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Dunkelgrün. Wow. Wow. Oh. Ja, Leute. Die sind so schön pigmentiert. Ah. Die Kopperfarbe. Oh. Oh. Schaut mal, wie schön ist das. Oh. Mega, mega, mega. Die Farbe ist mega. Schaut mal hier. Oh. Ich freue mich schon. Mein Sohn guckt mich. Ja, Schatzi. Die Mami ist echt. Hm, die ist kaputt. Ja, Schatzi. Die letzte Reihe. Dunkelgrau. Dunkelgrau. Hellgrau. Also, tut mir leid, ich schminkt mich seit 15, 18 Jahren. Und so eine Pigmentierung habe ich fast nie gesehen. Ja, Schatzi. Oh Gott. Also. Ja, Leute. Also nur von was ich hier sehe. Ihr müsst euch die Palette kaufen. Und ich glaube, ich kaufe mir auch die andere, also die Flawless. Ich weiß nicht. Ich, ein paar von meinen Freundinnen haben mir gefragt, warum brauchst du die? Warum kaufst du die? Du hast doch viele. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nur, dass ich, ich muss die haben. Ja, was kann ich sagen. 16 Gramm sind hier enthalten. Und. Sehr schön. Also, ich bin super zufrieden. So sieht die aus. Ich finde, die sieht hochwertig aus. Und schaut mal. Nochmal die Farben. Unglaublich. Also, danke Make-up Revolution. Schaut mal hier. Schaut mal hier. Also. Super. Empfehlung. Von mir. Totale Empfehlung. Gut. Dann, wir sehen uns wieder mit einem neuen Video. Anderes Watches. Andere Palette. Tschüss.